Musik Meine Stellungnahme befasst sich mit dem Vorschlag der EU-Kommission zur Einführung eines einheitlichen europäischen Einlagensicherungssystems. Der Vorschlag der Kommission betrifft unmittelbar die von Gebietskörperschaften auf regionaler und kommunaler Ebene eingerichteten öffentlichen Banken. Deshalb ist es notwendig, dass kommunale und regionale Gebietskörperschaften mitwirken. Musik Ich komme aus einem sehr ländlich geprägten Landkreis. Wir haben auch eine Sparkasse eingerichtet, die wichtig ist für Start-ups, vor allen Dingen aber für die kleinen und mittleren Unternehmen in unserem Landkreis. Musik 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 Musik